Willkommen, liebe Leute. Ja, hier ist der Silent Treasure. Und heute bin ich hier oben. Aber nicht mehr lange, weil heute gibt es wieder einen Silent Treasure. Kocht! Hahaha, ihr habt lange drauf gewartet, ich weiß. Ja, nur was es gibt, verrate ich euch jetzt nicht. Okay, ab nach unten in die Küche und abkochen. Haha, ich mache jetzt die Vorbereitungen und das seht ihr jetzt. Ja, ich mache jetzt die Vorbereitungen. Ja, ich mache jetzt die Vorbereitungen. Ja, ich mache jetzt die Vorbereitungen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da mache ich immer ein Löffel davon und ein bisschen noch davon. Ein bisschen mehr Salz. Ich mag das nicht so, wenn es nicht salzig ist. So, und jetzt kommt der gute Reis, der ist hier drin. Basmati-Reis. Yeah! So, und ich mache immer hier genau die Tasse wieder voll. Ich glaube, das kennt ihr noch von den anderen Videos. Okay, voll ist er. Okay. So, jetzt kommt der Reis hier rein. So. Ein bisschen ausschwenken hier. Aber nicht verbrennen, Jungs und Mädels. Und wer mir sonst noch zuguckt. So, und dann rühren wir das Ganze um. Dann rühren wir das Ganze noch um. Und lassen das jetzt erstmal aufkochen. Und dann stellen wir es runter. Und dann ist der Reis schon fast okay. Hervorragend, wa? Wie macht man Reis? Haha, weiß jeder nicht. Nur ich weiß das. Klar. Alles klar, ja. Ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich mal, was die Zwiebeln machen. Bis gleich. So, jetzt wuchzen wir das Ganze erstmal mit, wenn ich das wüsste wusste. Ach, da helfen. Okay. Also. Erstmal Salz. Schön Salz rein. Ja, Salz. Schon wieder Salz. Nein. Salz. 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 Dann. Pfeffer. Schwarz gemahlen. Schwarz wie Black Metal. rein damit auch kaum hat und dann ja entweder macht ihr paprika edel süß wie ich oder paprika so jetzt rühren wir das ganze wiederum so wenn man das nämlich jetzt umgerührt haben da kommt das wichtigste überhaupt bitte den bitte den bitte den mensch muss der reis noch gerade noch rühren so jetzt koch da jetzt stell ich ein reis runter so jetzt rühren dann noch um damit das hier schön verteilt ist das ganze ha 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 verteilen verteilen so und so und so dann haben wir nämlich das schon mal ein bisschen verteilt ich hoffe dass das alles rast ja gut ihr müsst das nach geschmack machen so und dann kommt hier die soße hier drüber so ich hole jetzt hier alles raus damit das auch jetzt schön in diese die zwiebeln und so was rein kommt rein geht ja ein zieht so ich hab es ein zieht ihr könnt euch gerne ausziehen nein ich soll einziehen achso bei mir nein doch bei mir müssen nicht so geben ich habe solche krankheiten okay ich rühre das mal hier mit um so beste ist dass diese zwiebelsuppe dazwischen ist ja passt doch zwiebel und zwiebelsuppe ja das passt okay ja so und jetzt kann es erst mal weiter köcheln so alles klar ja das waren die zwiebel die müssen jetzt dünsten wir müssen schön zusammenpacken die müssen die einziehen das ganze muss einziehen reich gut doch ja jetzt kommen die schütze ihr wisst ja wie schütze gemacht werden gehen langweilig ja ja okay ich musste das runterdrehen das erst mal schön drei würde ich sagen damit dann auch richtig komm hier reingeschlörrt so so alles klar und jetzt schoffel die Die Butter geht jetzt langsam in den Brei. So, damit das nicht anbrennt, immer gut rühren! Na, Justin? Ja! Eine coole Sonnenpfanne. Ja, ich hab ein bisschen Angst, dass es anbrennt. Hier rein. Okay, und jetzt die Schnitzel rein. Noch mal wieder die Schnitzel rein. Ah, ist ein bisschen langweilig. Ich wollte eigentlich nur die Zwiebel zeigen, ja nicht? Okay. Ja, im Prinzip bin ich schon fertig eigentlich. Das war mein Let's Koch-Video. Es ging eigentlich alles allein um die Zwiebeln. Und jetzt gleich seht ihr das Resultat. Lecker, 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 lecker! Ich glaube, ich zeig nochmal den Koch-Pot. Jetzt! inisinis strawberries Jägeromba Ist das nicht so, was ich so für kleine A1 berlines,低 gerade? Ist das nicht so? Also, wenn der Reis würde ich sagen, na Reis, die Zwiebeln würde ich sagen eine halbe Stunde. Und dann könnt ihr essen und wie es dann aussieht, seht ihr jetzt gleich und ich sage, bye euer Sai, das war wieder, Sai den Trasher kocht, ich hoffe ihr habt einen Bock, das hört sich an, wie so ein, ähm, so ein Koch, ich weiß nicht, ob ihr das eben nachmachen wollt, aber es scheint ja, äh, 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 nein, auf jeden Fall, das war Sai den Trasher kocht, ja, von euren Trasher, oh, Sai den Trasher, so, und jetzt das Ergebnis, für euch, nur für euch, bye, bis dann, euer Sai, abonniert mich, Daumen hoch und, liebt mich, haha, bye, ciao. Das war's.